Roman Weidenfeller ist ein deutscher Fußballspieler, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Leben Weidenfeller wuchs in Nenteshausen im Westerwald auf. Mit dem Fußballspielen begann er im Alter von fünf Jahren bei den Sportfreunden Eisbachtal und spielte dort elf Jahre lang. Sein Vater trainierte ihn privat auf der eigenen Wiese und Dirk Hannappel im Verein. Als 1,5J-Jähriger wechselte er in die Jugendabteilung des 1. FC Kaiserslautern 160 Kilometer von Nenteshausen entfernt und lebte zunächst im Internat des Vereins. Er ist gelernter Bürokaufmann. Am 3. März 2016 brachte seine Frau Lisa den ersten gemeinsamen Sohn namens Leonard zur Welt. Weidenfeller gehört der römisch-katholischen Kirche an und engagiert sich für roterkeil.net holt die Kinder vom Strich. Eine Initiative gegen Kinderprostitution, die von dem Priester Jochen Reidegeld gegründet wurde. Karriere 1998 schaffte Weidenfeller den Sprung ins Amateurteam der Pfälzer. 1999 wurde er mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Gehörte als Ersatztorwart zur ersten Mannschaft des FCK und war bis 2000 gleichzeitig Stammtorhüter der Amateure. In den Spielzeiten 2001 und 2001-02 bestritt er jeweils drei Bundesligaspiele. Am 8. März 2001 spielte er zudem im UEFA-Pokal gegen die PSV Eindhoven und zeigte eine herausragende Leistung. Borussia Dortmund Weidenfeller wurde im Juli 2002 ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichtet. In Dortmund fungierte er als Ersatztorwart hinter Jens Lehmann. Aufgrund einer Verletzung Lehmanns zu Ende der Saison kam er in der Saison 2002-03 auf elf Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach dem Wechsel von Lehmann zum FC Arsenal im Sommer 2003 wurde Weidenfeller zur neuen Nummer 1 erklärt. Er konnte allerdings in der Hinrunde die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen und geriet mehrmals durch Fehler in die Schlagzeilen. Zu Beginn der Rückrunde 2004 schenkte der damalige Trainer Matthias Sammer dem im Sommer als Ersatzmann verpflichteten Guillaume Wommers das Vertrauen. Der ältere und erfahrenere Wommers sollte der sich damals im Umbruch befindenden Dortmunder Mannschaft einen größeren Rückhalt geben. Unter dem neuen Trainer Bert van Mawijk musste sich Weidenfeller zu Saisonbeginn 2004-05 zunächst weiter mit der Reservistenrolle zufrieden geben. Am neuen Spieltag erhielt er im Heimspiel gegen den Hamburger SV überraschend den Vorzug gegenüber Wommers. Trotz anfänglichem Unverständnis unter den Dortmunder Fans erkämpfte er seine Stammposition im Tor und die Gunst der Anhänger zurück. In der Saison 2005-06 festigte Weidenfeller aufgrund stetiger Leistungssteigerung seine Position als Stammtorhüter. Die Fachpresse würdigte seine Leistung durch zahlreiche Auszeichnungen. Von den Fußballfans wurde er sowohl im März als auch im Mai 2005 zum Fußballer des Monats gewählt. Zu Beginn der Saison 2007-08 geriet Weidenfeller in eine Auseinandersetzung mit dem Schalker Nationalspieler Gerald Asamoah. In deren Verlauf er den Stürmer beleidigte. Weidenfeller wurde nach einer Anhörung durch den DFB wegen einer herabwürdigenden und verunglimpfenden Äußerung nach neuen der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB für drei Spiele gesperrt. Außerdem wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Nach eigener Darstellung hatte Weidenfeller den Schalker als schwule Sau bezeichnet. Andere Quellen geben an, er habe sein Gegenüber als schwarzes Schwein verunglimpft. Nach einer Schulterverletzung wurde Weidenfeller am 22. Dezember 2007 operiert und kehrte erst Ende März ins Mannschaftstraining des BVB zurück. Am 12. April 2008 kurz vor seinem geplanten Comeback zog er sich im Training einen Teilriss des Innenbandes zu und fiel damit bis zum Saisonende aus. Daher stand er eine Woche später im DFB-Pokalfinale in Berlin, das mit 1 zu 2 gegen den FC Bayern München verloren wurde, nicht im Kader. Im ersten Spiel der Saison 2008-09 bei Bayer Leverkusen verletzte sich Weidenfeller erneut. Er erlitt ohne direkte Einwirkung eines Gegenspielers eine Fleischwunde am linken Knie. Ab dem vierten Spieltag war er wieder Stammtorhüter des BVB. In der Saison 2010-11 wurde Weidenfeller mit Borussia Dortmund zum ersten Mal in seiner Karriere deutscher Meister. In Vertretung des lange verletzten Kapitäns Sebastian Kehl nahm er als Spielführer der Dortmunder Saison die Meisterschale entgegen. Im August 2011 verursachte ein Interview Weidenfellers mit den Ruhenachrichten-Irritationen beim DFB. Nachdem er wiederholt nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden war, wurde er dort mit den Worten zitiert. Vielleicht sollte ich mir aber die Haare schneiden oder einfach etwas zierlicher werden. Dies wurde von einigen Medien als Anspielung auf eine vermeintliche Homosexualität von Bundestrainer Joachim Löw interpretiert. In der Saison 2011-12 wurde Weidenfeller mit Borussia Dortmund zum zweiten Mal in seiner Karriere deutscher Meister, am 12. Mai 2012 außerdem DFB-Pokalsieger. Die Mannschaft schlug den FC Bayern München im Finale mit 5 zu 2. In der Saison 2012-13 wurde Weidenfeller besonders in der Champions League für seine Leistungen gelobt, die dazu beigetragen hatten, dass Borussia Dortmund ins Finale eingezogen war. Am 25. Mai 2013 unterlag er mit seiner Mannschaft im Finale dem nationalen Konkurrenten FC Bayern München im ersten rhein-deutschen Finale dieses Wettbewerbs. Mit 1 zu 2. Weidenfeller bestritt am 1. November 2013 beim 6 zu 1 Sieg im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart sein 300. Bundesligaspiel. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft bis zum 30. Juni 2017. In der Saison 2014-15 zeigte Weidenfeller schwankende Leistungen, während die Borussia erstmals seit Jahren aus der Bundesligaspitze und sogar bis in den Abstiegskampf abrutschte. Gegen Ende der Hinrunde verlor er zwischenzeitlich seinen Stammplatz an den Australier Mitchell Langerak. Zur Rückrunde wurde er wieder konstant im Tor aufgeboten. Arta Langerak an der im Frühjahr stattfindenden Asienmeisterschaft teilnahm. Im Saisonendspurt musste er, während der BVB eine Aufholjagd bis auf einen Europa-League-Startplatz vollendete, wiederum auf der Bank Platz nehmen. Nach einem Einsatz im letzten Saisonspiel gegen Werder Bremen wurde ihm, wie erwartet, im DFB-Pokalfinale, das 1 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg verloren ging, Langerak vorgezogen. Nachdem zunächst über eine Etablierung langer Axt und einen Zweikampf mit Weidenfeller spekuliert worden war, verpflichtete Borussia Dortmund unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel den Schweizer Torhüter Roman Bürki vom abgestiegenen SC Freiburg. Kurz danach wechselte Langerak zum VfB Stuttgart und es kam zu einem Duell zwischen Weidenfeller und Bürki. In der Vorbereitungsphase war lange unklar, wen Tuchel im Tor aufbieten würde. In der Qualifikation zur Europa-League bekamen beide je einen Einsatz. Schließlich musste Weidenfeller das erste Bundesligaspiel der neuen Saison gegen Borussia Mönchengladbach von der Ersatzbank aus verfolgen. Tuchel erklärte, dass Weidenfeller dafür die nationalen und internationalen Pokalspiele spielen werde. Am 5. Februar 2016 verlängerte Weidenfeller seinen Vertrag mit den BVB bis zum 30. Juni 2017. Seinen ersten Bundesliga-Einsatz in der Saison 2015 16 absolvierte Weidenfeller beim 2-0-Auswärts-Sieg am 24. Spieltag gegen Darmstadt 98, als er den erkrankten Bürki vertrat. Nationalmannschaft sein Debüt in einer DFB-Auswahl gab Weidenfeller am 3. April 1997 in Weinheim bei der 0-1-Niederlage der U16-Nationalmannschaft gegen die Auswahl der Türkei. Vier Monate darauf absolvierte er am 10. August in Oberhaing beim 5-1-Sieg gegen die Auswahl des Omans und am 22. August in Hart beim 5-2-Sieg gegen die Auswahl Österreichs seine ersten zwei Länderspiele für die U17-Nationalmannschaft. Im gleichen Jahr bestritt Weidenfeller fünf von sechs Turnierspielen bei der U17-Weltmeisterschaft in Ägypten und belegte mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz. Er wurde dabei als bester Torhüter des Turniers in das Altstadt-Team berufen. Sein letztes Länderspiel für diese Auswahlmannschaft bestritt er am 25. November 1997 in Gera beim 1-1-Unentschieden gegen die Auswahl Frankreichs. Ferner kam er zwischen 1999 und 2001 zu drei Länderspielen für die U21-Nationalmannschaft und im Jahr 2005. Seit kurzem Stammtorhüter bei Borussia Dortmund im Alter von 25 Jahren zu einem Länderspiel für die Perspektivmannschaft Team 2006. In den folgenden Jahren blieb eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft lange aus bis Bundestrainer Joachim Löw Weidenfeller am 8. November 2013 in Folge seiner starken Leistungen auf internationaler Ebene in der Champions League mittlerweile 33-jährig. Kurz vor der anstehenden WM erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominierte. Nach einer Party auf der Bank gegen Italien kam er am 19. November 2013 beim 1-0-Sieg gegen die Auswahl Englands im Wembley-Stadion über die volle Spielzeit zu seinem Debüt. Mit 33 Jahren und 105 Tagen löste er Toni Turek als ältesten Torhüter beim Debüt ab und ist insgesamt der sechstälteste Nationalspieler beim Debüt. Danach nahm er mit der Nationalelf an der Weltmeisterschaft 2014 teil und absolvierte in der Vorbereitung zwei Partien. Bei dem Turnier in Brasilien fungierte er neben Ron-Robert Sieler als nicht eingesetzter Ersatztorwart hinter Manuel Neuer und wurde mit der Mannschaft schließlich Weltmeister. Erfolge Nationalmannschaft Weltmeister 2014 Vierter der U17 Weltmeisterschaft 1997 Verein Deutscher Meister 2011-2012 Vizemeister 2013-2014 DFB-Pokalsieger 2012 Finalist 2008-2014 2015-2016 Finalist der UEFA Champions League 2013 UEFA-Pokal-Halbfinalist 2001 mit dem 1 FC Kaiserslautern DFL Zupac 2013-2014-2008 Auszeichnungen Die Weiße Weste 2009-2011 Fußballer des Monats 03-2005-05-2005 Fußballspruch des Jahres 2011 E-Ting-W-Hefa Grandio Saison Gespielt Bester Bundesliga-Torwart laut Kicker-Sportmagazin 2005-2006 Kicker-Torwart des Jahres 2005-2013 Mannschaft des Jahres 2011 Einstufung als Weltklasse in der Rangliste des deutschen Fußballs Sommer 2013 Jahrzehnt 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 Jahrzehnt